Hallo Leifleut, heißen Alpenmeld, ich hoffe es geht euch gut. Hi, sehen wir an der nächsten Folge, wenn ich mich gerade gesehen habe, ich lebe mich nicht mehr schnell hin. Ja, ich will noch davon profitieren, auf der Kamera schon ein bisschen Cobblestone an den Pulverweiser zu machen, weil wir brauchen Glas, ich lebe mich mal direkt hin. Ja, wenn du hier in der Chat schaffst, dass ich die Skippen, das ist auf der Kamera. Das, weil ich da eben nicht will oder nicht schaffen. 33 nehmen, ich hoffe es noch weiter, ja, ich hoffe es noch weiter. Ich habe die Kabel höher gesetzt, Gravel, ich habe noch Gravel 3. Und ja, das geht wie so zu Sand, Sand geht automatisch zu Glas, was höher geraut geht. Ist das Quicksilver? Und das? Oh, wirklich? Goudron, kann man aufhängen alles zu urbanisieren? Ich leide da nur sechs Minuten. Aber dann? Ja, das flott für W. Urbanisieren wir gleich, ich gehe jetzt nicht. Also man hat Bötsch gesammelt, Birchwude. Birchwude? Zack. 20 Tech. Das ist eine Tech mit Mistwürger und für das werden wir noch machen. Oben. Ich habe dir das Gros... sowieso nicht für uns dran gelegt. 3. Und da. Okay. Ich bin aufgeregt. Okay. Oh, mein Gier quiecht. Ich werde in der Teer den noch ein bisschen auf der Kamm. Okay, mir ist ein Glas. Das können wir direkt durch die Vögel führen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Schreiben und schallieren. Und dann? Und dann? Und dann? In Junglewood drüber. Snydendale schon gemäht. Perfekt. Ja, da sehe ich das Glas. Wir brauchen vier und allem Glas. Ich denke nicht, dass wir durch und durch Holzwerte benutzen. Ich denke, wir können auch Materialen erinnern. Ich werde mich schlau, wenn die Basis aufstehen wäre. Und das reicht. Eben, äh, Holz aus. Ich stärke heute ein bisschen die Holz. Oder ich denke, es ist ein Gefühl, dass es gestärkt ist. Angst, komm auf. Merci. Zack. Ja, ich denke, ich meine auch stehen mal dran. Ich habe keine Mütze als manche Dribbel. Okay. Ja, da fängt man halt an. Währenddem ist die Karte nach Glas. An dieser Maschine. Ah, da ist ein Asch-Deck, wo man direkt keine Mane hat. Direkt ein Acker. Nice. Glas, Glas. Glas, Glas. Ich schwöre mich gerade, ob ich Schnitze-Glas-Panels benutze für Diana. Keine Mane. Keine Mane. Das ist ein wenig Sporn. Scheren sie mich gesehen sind nicht. Ich brauche schon keine Kopfhörungen von hierher. Ah, hier ist ein Gart. Das ist ein wilder Gart, den vom selben wies. Das fand ich cool. Das könnte immer rum. Schatz sollte den eh losen, weil der verbreitet sich vom selben. Also. Also erstmal ein Glas brauchen wir. Kartei nachher, das nehmen wir okay mit. Ah, wir kriegen eine Konkrete. Okay, dafür stimme. Konkrete aus Gravel. Also. Was schaufeln. So. Was schaufeln. Was schaufeln. So. Okay. Ich verbann das heute mal, für uns zu denken. Ich will so pass, weil hier drinnen kann auch ein Loch sehen. Ihr wisst ja, was mir die Episoden hier gebildet hat. Okay, Glas kann ich wachle und Aubergine noch, können wir Konkret. Konkret ist nicht Kudron, Konkret ist Zement. Das ist nicht blöd. Wenn du so was, guck mich direkt, ob ich nicht noch Gravel habe. Gravier, Gravel. Fertig, super. Muss das Pulver heißen? Kann ich Gravel über Pulver heißen? Ich weiß nicht, ob ich einen draufsetzen und gucke, was das geht. Ich muss testen, viele von den Mots sind mir noch... Ich kriege eine Flinte, eine garantiere Flinte. Bist du den Gag? Das ist ja ultra cool da drin. Okay. Der Fall meistert, ne? Aber die kann ich dann direkt hier draufsetzen, an der Gravel. Weil das geht dann zu Konkret. Ist noch Glas da? Ne. Ich setze mal die Flinte hier hin. Genauso wie da drin. Probieren wir so gut wie möglich. Ich hoffe, passt da alles dran. Und ich hoffe, dass die sich aussamlen. Ne, das ist ganz viel Neut gemäß. Ja. Schade, ey. Ich weiß, ich gehe noch Loot. Stimmt. Ich werde hier noch draufsetzen. Ich schlafe noch viel, weil es zwei Wölblick runterräumen. Die Raum ist nicht mal weg. Aber ich würde keinen Niemann noch gebrauchen. Ich mache noch was für den Moment. Okay. Okay. Guck mal Konkret. Merci. Ja, das passt schon. Ich sehe doch cool. Der ist fannig. Der Boden gefällt mir auch schon mehr wie den klassischen. Da. Aus einer Halbzeit kracht noch weiter. Gut, gut. Oh, ich meine Werte genug und. Wir können auch während dem zwei das Glas lehnen. Hallo, fliegt gerade Fliegerlanscht. Boah, mir wird nicht viel gemäß, ne? Oh, Spine. Und plus passt Agro. Was soll das? Das Dach. Du darfst nicht Agro sein während dem Dach. Ich weiß nicht, wo ich meine Werte. Du kriegst nicht abgesaugt. Ich weiß nicht, ob die nicht viel Pesanisch gut sind. Aufhoch sehen sie. Komisch. Du, 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 du. Der Güler. Äh, ja, ich weiß nicht, woher. Da hat man nur gerade durch den Kopf hergeht. Und ich muss denke, man hat auch von Fahr gespielt. Okay, es fehlen aber natürlich ein ganzes Glas. Zerreste, schucke mich und schucke Kabel mich. Okay. Ich hörte ganz, dass man muss eine Mine gehen. Ehm, guck dich da denn einfach. Das tut nicht easy peasy cool ist. Das ist groß. Bspw. Oh mein, hier haben schon einen Loot. Das kann ich mir direkt verschrauben. Äh, das heute geh ich an der Schafschuhkache vielleicht. Während dem ja. Woine. Dann nenn ich mir nach die Konkrete. Okay, das war alles gut. Das Leben hat das Episode nach heute ein bisschen, ähm, in Beton. Weil wir. Wir urbanisieren immer heute, natürlich. Aber es ist super! Mir gefällt das. Das hier, wenn es egal ist. Muss ich gerade sagen. Das verschwindet direkt. Können wir noch dieses Episode machen. Nächste K.A., gucken wir, dass wir... Ich meine, ich werde den Kabel, den hier im Boden sammeln. Den in der Sand umwandeln. Und dann können wir auch schon überlegen, wie hier im Boden Platz kommt. Da gehe ich nicht besonders mit. Entschuldigung für das, was hier leid. Ressi klären wir halt. Eben. Hopp. Voilà. Jungle wo der Platz. Ja, und da können wir auch schon überlegen, wir tendieren. Ich gucke mal, ob wir in einer dieser kommen. Hi. Ja. Ja. Und ja, wir sehen uns schon zum Schluss der Episode kommen, denn das ist relativ schnell gegangen. Ja, Birchwoods existieren. Und ich würde sagen. Oh. So. Und, äh. Leif Leute, ich invitiere euch nichts gerne zu schreiben. Für mehr Minecraft Adventure. Falls euch das eben gefallen hat, dann hauen wir mal ein Like. Wenn ihr wollt wissen, wenn ihr die nächste Episode rauskommt, einfach nehmen, ob ihr das Subscribe Knäppchen drücken. Oh, wie schönes abgehen. Hä? Hast du denn ein Flut? Ich glaube, das wäre echt nicht ganz einfach, dass ihr Mordet hinterlassen möchtet. Ich vermute es ja alle kleine Geschichten. Bon. Ja. Wie gesagt. Und, äh. Ich bin froh vom Tag als, äh, was soll man häufig froh stellen? Nein. Ja. Wie könnte man das ja recht aufhängen mit dem froh vom Tag? Da ging es so. Und, äh. Können wir ganz banal froh stellen. Am Genre war das ihr Lieblings-Videospiel. Schreibt mir das in den Kommentaren, dass wir ein bisschen diskutieren würden. Gucken. Eben. Lohnt nicht streiten. Gibt es ein eigenes Spiel, den ihr gerne habt? Eben. Schreibt mir auch für was die Spielgrad für euch dann eben so wichtig ist. Was würde ich dann in dem Moment dann so überzeugt von dem Spiel? Ja. Das war Alpenmilch Gaming. Es sprang nach Riech und Lach. Anders haben wir hinterher nicht nichts gern zu schalten. Ciao.